Weshalb du es heutzutage so schwer hast, eine Qualitätsfrau zu finden. Herzlich willkommen, mein Name ist Don John Verführt, dein Flirtrainer und Datingcoach und ich zeige dir, wie du selbstbewusst und sicher die Frauen, die dir gefallen, einfach ansprechen, daten und verführen kannst. Zunächst einmal definieren wir das Wort Qualitätsfrau. Bedeutet, dass es eine Frau ist, die überdurchschnittlich gut aussieht, die überdurchschnittlich gut im Bett ist, die gewisse Werte mitbringt, sodass man sich vielleicht sogar mehr vorstellen kann. Auf das Thema bin ich gekommen, weil ich gestern einen Blogbeitrag veröffentlicht habe. Du findest ihn auch nochmal in dem Community-Tab auf YouTube. Und da gibt es zwei Qualitätslisten. Einmal für Frauen für kurzfristigen Spaß, wonach ich da so aussortiere, die Frauen. Und einmal eine Liste für Frauen, wenn du etwas Ernsteres eingehst. Und da ist mir aufgefallen bei den Kommentaren, dass viele Männer das genauso gesehen haben, auch besonders, wenn du eine Frau für etwas mehr als nur Spaß haben möchtest, dass sie die Kriterien ähnlich, also Frauen ähnlich bewerten wie ich. Aber sagen, wo finde ich denn noch solche Frauen? Es gibt keine Frauen mehr. Einer hat sogar geschrieben, ich reise gerade um die halbe Welt, aber es ist echt schwierig, solche Frauen zu finden. Und da dachte ich mir, hey, perfekt, dass ihr mich darauf aufmerksam macht, denn ich werde euch in dem Video erklären, wo ihr denn heutzutage noch Qualitätsfrauen findet. Zunächst einmal ist es wichtig, dass du herausfindest, wo du keine Qualitätsfrauen findest. Und das ist zum Ersten online. Warum? Weil online, frag dich selber, wer geht online, welche Frauen machen Online-Dating? Tendenziell Frauen, die eher nicht angesprochen werden, die eher einfach nicht auffallen im Alltag. Oder aber Frauen, die irgendwelche Aufmerksamkeitsprobleme haben und die sich männliche Aufmerksamkeit holen. Und da sind auch viele Frauen, die einfach auch, also ich teste ja auch immer mal wieder Online-Dating, um zu schauen, was hat sich verändert, um so meine Feldstudien zu machen. Und da fällt mir auf, verdammt nochmal, dass diese Frau, die war doch vor vier Jahren, als ich die App genutze, auch schon da. Ja, was glaubst du, wie oft die da schon rumgereicht worden ist? Abonniere den Kanal, gib dem Video einen Daumen nach oben und hinterlasse einen Algorithmus-Kommentar. Vielen Dank. Also online findest du ziemlich sicher nicht eine Qualitätsfrau. Also wir gehen jetzt davon aus, suchst eine Qualitätsfrau, sagen wir mal nach zwei, drei Jahren ausleben, willst du eine, mit der du etwas mehr anfängst. Oder du bist generell so ein Typ, wie einer meiner Coaching-Teilnehmer auch letztens mir das geschildert hat, dass er sich ein bisschen ausgelebt hat, verschiedene Frauen kennengelernt hat und jetzt so einen kleinen Harem von drei Frauen aufgebaut hat, die, mit denen er mehr teilt als nur das Bett, aber die auch überdurchschnittlich gut performen im Bett, aber auch so von der Grundstimmung und so weiter und so fort. Also halten wir fest, online findest du sie nicht. Du findest diese Frauen auch nicht auf Festivals und in Clubs. Natürlich gibt es immer irgendjemanden, der sagt, ey, ich habe da aber meine Traumfrau gefunden, wir haben jetzt geheiratet und toll, schön für dich, aber die Wahrscheinlichkeit ist sehr gering, dass du da eine Frau findest, die gewisse Werte teilt, die du auch teilst und mit der du etwas mehr dir vorstellen kannst. Zum Beispiel sollte sie keinen hohen Bodycount haben. Weniger als 10 ist gut, besser ist weniger als 5. Sie sollte ähnliche Grundwerte haben, sie sollte ähnliche Hobbys haben wie du, sie sollte sich gut führen lassen. All solche Dinge findest du in Clubs eher selten. Jetzt die Frage, wenn du nicht in Clubs und nicht auf Festivals bist und denkst, oh, Online-Dating ist leicht, dann mache ich es mir bequem, da kann ich ein bisschen hin- und herswipen, dich dann aber wunderst, dass du keine Qualitätsfrauen findest, was bleibt denn da noch übrig? In dem Fall solltest du lernen, Frauen in Alltagssituationen anzusprechen. Und zwar kannst du hier auch eine Vorauswahl treffen. Du kannst natürlich mitten auf der Straße Frauen ansprechen, das ist dann sehr ungefiltert. Da kann eine Frau da sein, die ist noch Jungfrau. Es kann aber auch eine Frau da sein, die jede Woche neun Typen aus dem Club abschleppt. Du weißt nicht, welche Frauen dir da begegnen. Tendenziell findest du aber Frauen in Bibliotheken eher, die mehr Attribute teilen, sodass du mit ihr eine Beziehung eingehen kannst. Genauso wie in Bücherläden, genauso wie in Cafés. Cafés musst du auch ein bisschen aussortieren, aber tendenziell findest du mehr solche Frauen. Geh mehr an diese Orte. Wenn du hier Probleme hast, dann lerne es verdammt nochmal, Frauen anzusprechen. Und nicht nur, dass du dann überall Frauen ansprichst, tagsüber, nachts. Also wenn du jetzt sowieso sagst, hey, ich will einfach nur Spaß haben, mich ausleben, es reicht schon, mein Anspruch an Qualität ist, wenn die Frau einfach überdurchschnittlich gut aussieht und besser im Bett ist und sie akzeptiert, dass sie nur ein Betthesen von mir ist, kannst du Frauen tagsüber ansprechen, kannst du Frauen nachts ansprechen, ist eigentlich egal, du kannst überall machen. Wenn du aber gezielter nach einer bestimmten suchst, dann geh eher an Orten, wo etwas gebildetere Frauen sind. Muss man aber auch aufpassen in der heutigen Zeit, weil in diesen ganzen Universitäten werden die neuen Generationen eher verbildet. Das ist ja eine politische Agenda dahinter in vielen Universitäten, die nicht unbedingt neutral ist und die dir dann irgendwas vom Pferd erzählen, wo du weißt, hey, die leben im Elfenbeinturm, es hat nichts mit der Realität zu tun. Also selbst bei gebildeten Frauen, in Anführungszeichen, musst du aufpassen, dass du da nicht auf die Falschen triffst. Genau, aber lerne das. Sei nicht so ein Standardtyp, der, wenn er gelernt hat, Frauen anzusprechen, in der Einkaufspassage hoch und runter rennt, jede x-beliebige Frau anspricht, treffe eine Vorauswahl. Wie ist die Frau gekleidet? Was ist ihre generelle Ausstrahlung? Und dann geh in die Parks, geh in die Cafés, geh in die Bibliotheken, geh von mir aus auch in die Uni-Bibliotheken hinein, schau, wie die Frauen da sind, da sind die tendenziell auch noch etwas jünger, 18 bis 22, guck, dass du da halt auch die richtigen Frauen erwischst. Und wenn du das machst, findest du eher Frauen, als wenn du online bist oder wenn du in Clubs und Bars unterwegs bist. Punkt 2, warum du keine Qualitätsfrauen findest, ist, weil du selber noch kein Qualitätsmann bist. Sorry, dass ich dir das so sage, aber diese Sache müssen wir auch mit einbeziehen, wenn du auf der Suche bist nach einer Qualitätsfrau, diese Qualitätsfrau aber nicht findest. Das heißt, was kannst du an dir selbst verbessern? Ist es vielleicht, dass du ein bisschen gepflegtes, äußeres Erscheinungsbild an den Tag legen kannst? Ist es, dass du dich vielleicht besser artikulieren kannst, wenn du gebrochen Deutsch redest oder immer wieder die Silben, die Wörter verschluckst? Ist es vielleicht nicht so gut? Dann arbeite daran und schau, dass du dich gut, nicht nur gut artikulierst, sondern auch, dass du weißt, über was du mit Frauen reden kannst. Dass du auch immer zu irgendeinem Thema, was die Frau sagt, was beisteuern kannst. Dass du genau weißt, wie du ein Mann von Wert wirst. Hierfür ist es natürlich auch interessant, dass du selber weißt, was sind deine eigene Qualitätsliste. Wenn du einfach jede Frau, x-beliebige Frau nimmst und gar nicht vorfilterst, dann brauchst du dich nicht wundern, dass du keine Qualitätsfrauen findest. Arbeite erst mal selbst daran, dass du qualitativ hochwertiger wirst, indem du dir zum Beispiel eine Auswahl schaffst, mehr Frauen ansprichst, Sport treibst, dich gut kleidest. Aber Punkt 2 auch, finde erst mal heraus, was ist dir denn wichtig an einer Frau und wo soll überhaupt die Reise hingehen? Willst du erst mal Spaß haben, dich ausleben? Geil, mach das. Aber auch da gibt es Kriterien, die eine Rolle spielen. Oder willst du vielleicht ein bisschen mehr? Und auch in dem Fall, wenn du etwas mehr willst, mach dir diese zwei Listen. Schau auf diesen Community, Beitrag noch mal rein, meine zwei Qualitätslisten für Leute, für Frauen, mit denen man Spaß will und für Frauen, mit denen man etwas mehr möchte, damit du selber erst mal weißt, wonach du suchen musst. Und dann kannst du ja jedes Mal, wenn du Frauen ansprichst, danach filtern. Du kannst die richtigen Fragen stellen. Du kannst schauen, hey, ist sie denn eher so? Schätzt du sie so ein? Oder wenn du sie dann schon verführt hast, ist ja auch nichts dabei zu fragen, wie viele Typen sie schon hatte. Und dann kannst du auch mal überlegen, ist es was für dich oder nicht? Hier musst du auch aufpassen, viele Männer, die addieren immer gerne 10, 20 Frauen und die Frauen, die ziehen immer gerne die Anzahl der Typen, mit denen sie im Bett waren, die ziehen da immer ein bisschen was ab. Aber auch da, wenn du ein bisschen erfahrener bist, wenn du gute Menschenkenntnis hast, wenn du gute Verführerskills hast, dann findest du es relativ schnell heraus, ob die Frau die Wahrheit sagt oder nicht. Oder dass sie sich nicht schlecht fühlen muss, weil viele Frauen sagen dir deswegen nicht die Wahrheit, weil die denken, du stempelst sie dann ab. Wenn du aber von vornherein so subkommunizierst und ein lockerer, cooler Typ bist, dann haben die da weniger ein Problem, dir da irgendwas vom Pferd zu erzählen. Jetzt weißt du, was du tun kannst, wenn du keine Qualitätsfrauen findest. Probier das aus. Geh an diese Orte, stelle Punkt 1, erstelle eine Qualitätsliste und filter danach. Sprech diese Frauen an, stell die richtigen Fragen und ich bin mir sicher, wenn du dich daran hältst, wirst du in absehbarer Zeit mehr Qualitätsfrauen finden. Kurze Randnotiz, wenn es jetzt nur um den Bodycount geht, das heißt, mit wie vielen Typen die Frau schon im Bett gelandet ist, du musst dich um die halbe Welt reisen, um da Frauen zu finden. In Berlin an sich habe ich schon viele Frauen verführt, zwischen 18 bis 30, die sogar noch Jungfrau gewesen sind. Natürlich ist die Anzahl der Typen, mit denen die Frau im Bett gelandet sind, nur ein Kriterium von vielen. Aber wenn du eben an den richtigen Orten bist, dann findest du auch die richtigen Frauen. Wenn du natürlich immer auf Instagram schaust und dann die Frauen anschreibst, die sich leicht bekleidet anziehen oder immer in Clubs gehst und Festivals, dann ist die Wahrscheinlichkeit natürlich geringer, dass du eine Frau von Wert findest, mit der du dir mehr vorstellen kannst. Ansonsten, wenn du sagst, hey, das klingt alles schön und gut, aber ich habe hier Probleme, ich komme aus einer Ehe, komme aus einer Beziehung oder habe allgemein viel zu wenig Dates und Sex in meinem Leben, ich möchte daran was ändern, ich brauche jemanden, der mit dabei einen Arsch tritt, mich unterstützt, damit ich die Frauen, die mir gefallen, einfach anspreche oder erstmal eine Auswahl schaffe, weil ich einfach zu wenig Frauen kennenlerne, dann muss es nicht so bleiben. Unter dem Video findest du einen Link zum kostenlosen Erstgespräch oder oben rechts bei dem I. Da klickst du einfach drauf, schickst die Bewerbung ab und ich melde mich innerhalb der nächsten sieben Tage bei dir. Dann schauen wir erstmal, wer bist du, was sind denn deine Ziele, wo stehst du, was ist realistisch, was können wir erreichen und wer weiß, wenn es passt, dann arbeiten wir vielleicht schon bald zusammen, da trete ich dir persönlich in den Arsch und hilf dir, die Frauen anzusprechen, gute Gespräche aufzubauen, Dates zu haben, die du auch wirklich willst. In diesem Sinne, bis zum nächsten Video.